Was sagen die Anzeigen? Alle Systeme nominal. Es geht ihr gut. Das ist ein Fehler. An ihrer Stelle wäre ich vorsichtig mit meiner Kritik. Das Indikat benutzt das Lagerhaus für Schmuggelware. Chang ist runtergetaucht, um den Meusel zu finden. Er hat sich heute Morgen nicht gemeldet. Finden Sie ihn und besorgen Sie mir Informationen, um den Laden dicht zu machen. Oder machen Sie ihn dicht? Ich bin dabei. Update! Daudan-Latenz bleibt bei 27,1. Bioplasmische Wellenformen stabil. Eine Klasse 3 Nebennierenreaktion, als Sie den Befehl gaben. Aber nichts Ungewöhnliches. Wo schicken Sie sie hin? Das ist ein einfaches Ding. Rein und raus. Sie braucht einen Testlauf. Viel Glück, Konoko. Hör zu, Konoko. Du warst nicht in Gefahr während des Trainings. Aber hier draußen solltest du lieber deine Lebensenergie im Auge behalten. Hör zu, Konoko. Woh. Oh. Aha. Ah! Ah! Aktuelle Kompassdaten. Hey! Uah! Ja, uah! Also? Boah! Ah! Ha! Uah! Oh! Ah! Oh! 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 Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Konoko, hör mir gut zu. Ich muss dir etwas über die Hypo-Sprays sagen. Ich soll nicht darüber sprechen, aber es gibt Anzeichen, dass sie bei dir anders wirken als bei anderen Leuten. Solltest du ein Hypo-Spray benutzen, wenn du fast vollständig auf der Höhe bist, könntest du eine überhöhte Wirkung feststellen. Ein zeitweiliger Überschuss an Stärke und Gesundheit, der nur kurz dauern wird. Versuch also, ihn so gut wie möglich zu nutzen. Aber bitte erzähl Commander Griffin nicht, dass ich dir das gesagt habe. Jetzt bist du dran! Blinder-Rut! Chang! Chang! Es ist Chang, ich habe ihn! Gut? Ja, Sir! Warten wir weiter! Ich empfange Zieldaten! Hey! Bitte warten! Amen. Whoa. Hey. Whoa. Ahh. Oh. Wooah. Ugh. Okay. Ah! Woah! Nya! Yet! Ah! Woah! Hey! Woah! He! Ha! Woah! Ah! Ugh! Heh! Ah! Ugh! Oh! 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 Hey! Fang ihn, Konoko. Er darf die Alarmkonsole nicht erreichen und aktivieren. Ich will dich nicht verletzen. Ich will dich nicht verletzen. Bereit zu verlieren? Hey! Pass auf! Wenn du unschuldige Leute verletzt, werden sie dir kaum helfen wollen. Danke. Sie halten die Geschäftsführer oben fest. Ich will dich nicht verletzen. Sie haben den ganzen Laden übernommen und beladen eine Art gepanzerten LKW. Sie sind schon fast fertig. Los! Beeilung! Ich öffne diese Türen für Sie. Ich will dich nicht verletzen. Ich will dich nicht verletzen. Ich will dich nicht verletzen. nicht verletzen! Ich will dich nicht verletzen! Wat? Was war denn? Oh Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Syndikatstruppen versuchen zur Weise aus dem Lagerhaus zu entfernen. Ich habe den LKW gescannt und sie sind fast fertig damit, die Fracht zu sichern. Man kommt nicht in den Laster hinein. Du musst sie irgendwie davon abhalten, das Gebäude zu verlassen. Die Syndikatstruppe Die Syndikatstruppe Die Syndikatstruppe Ich habe ein Datenpad gefunden. Es ist ein kodiertes Frachtverzeichnis, in dem von Musashi Manufacturing die Rede ist. Ich sehe mich da mal um. Es ist nicht weit von hier. Gut gemacht, Konoko. Bleiben Sie da. Ich lasse Sie abholen. Musashi gehört dem BGI. Nach ihrem letzten Bericht gehört BGI möglicherweise zum Syndikat. Wenn wir die Verbindung nachweisen können, können wir etwas dagegen tun. Ich kann reingehen. Negativ. Zurückweichen. Wir können es uns nicht erlauben, auf ein anderes Team zu warten. Wir müssen schnell handeln oder Sie entkommen. Sie wird nicht aufgeben. Ihre Werte steigen stetig. Zu viel Stress könnte Sie weiter destabilisieren. Äh, okay, Konoko. Sie haben einen Versuch. Danke, Sir. Ich enttäusche Sie nicht.